Guten Nachmittag miteinander. Die, die morgen mit uns waren, begrüsse ich ganz herzlich. Wir haben hier die erste Formation des Nachmittags auf der Bühne. Das ist das Echo des Alpengrusses. Sie sind von Kams und von Samir Leuse. Das ist Manuel. Das bist du, ja. Und der Pascale, also Manuel vor Ort. Und der Pascale, der Schweizer. Sie spielen uns als erstes «Rita und Bass» von Peter Reimann und als zweites «Flatschnass» von Martin Schütz. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Herr Möbelg. Herr voran. Amen. 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 Amen.